So, jetzt gehen wir nur kurz gucken, ähm, ich meine, was wäre denn das Nächste? Wir haben auf der ersten Seite alles, bis auf den Pläsiott. Näh. Und was ist der Pläsiott? So ein Wasserviech. Oh, toll. Hm. Wollen wir den einfach mal machen? Können wir mal machen, ja. Ich habe total Lust auf Pläsiott. Ich rüste mir nur mal kurz mal, also, ich will mir was anderes anziehen, was wasserfest ist, gewissermaßen. Ach so, ich weiß gar nicht, was meine Rüstung für Werte hat, aber wenn sie stark gegen Feuer ist, bezweifle ich ja doch so ein bisschen. Hm, Wasser, Wasser, was ist denn gut? So, das, was ich gerade trage, ist eigentlich gut für Wasser, aber ich könnte auch. Wollt ihr hier einfach mal das Lager-Jakruts-Zeug an, oder? Oder das Gobul-Zeug? Oh, ich könnte auch die Gobul-Rüstung anziehen. Gobul-Rüstung und dann eigentlich noch meine, genau, diese Waffe hier. Den Donnerschlag. In der Hoffnung, dass Donner irgendwas hilft gegen Pläsiott. Wenn nicht, bin ich gearscht. Hm. Den Pläsiott gab's ja auch schon in der Demo. Habt ihr die Demo gespielt? Hm, nein. Ja. Also ja, aber nicht den Pläsiott. Stimmt. Ich hab ja den Pläsiott gemacht. Hab ich mir dein Video angesehen? Ich hoffe es. Jetzt ist es besser, denn dafür mach ich die Videos. Ich glaub, ich hab es gesehen, aber ich werd nicht sagen, wie's ausgeht. Das war so spannend. Hey, was soll das denn jetzt? Ich hab so so einen Unterton herausgehört, der mir nicht gefallen hat. Also, es ist ein Hobby. Hä? Ich kann gar keine Untertöne. Ich suche mir bald neue Together-Partner. Ist das so? Sind wir so auswechselbar, ja? Aha. Ne, ich werd auch die ganze Zeit hier gedisst. Ich starte unter Wasser. Oh, ich starte beim Start. Zwischen Haifischen. Irgendwie kommt mir so vor, als wäre hier irgendwas ziemlich viel. falsch gelaufen. Du bist in elf. Wer ist, wo ist denn hier, wo ist Trazor? Fünf. Pläsiott ist übrigens in zehn. Hallo, mein kleiner, süßer Pläsiott. Ott, Ott. Ott, Ott, Ott. Ihr seht ihn nicht auf der Karte, oder? Ne, wir sehen dich. Gut. Ja, schön. Hast du keinen Farbballer wollen? Doch, ich befarbballe ihn gleich. Ah, super. Aber ich hatte ihn am Anfang schon gesehen, wegen dem komischen Orakel-Dingens. Der Fähigkeit halt. Ach, du hast doch heute einen Granat. Das ist, das ist praktisch. Jo. Also es war praktisch. Für 30 Sekunden. Wenn du das noch weiter aufpowerst, dann siehst du den die ganze Zeit. Toi. Könntest du reinführen, hat er eine Rüstung die Fähigkeit, oder wie? Nein. Die Kobo-Rüstung hat sowas nicht. Doch, 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 klar. Das hat die Kobo-Rüstung. Ach so. Ach so, oder hatte ich das jetzt wegen einer Kobo-Rüstung drin? Ja, ich geh von auf. Okay. Und wenn du noch ein bisschen aufbaust mit, äh, hier, Dings, dann weißt du vielleicht, was ich meine, die Juwelen, so, äh, dann siehst du ihn halt dauerhaft. Das ist ja unfassbar. Und nein, ich hab dein Video nicht gesehen. Schön. Das ist frech. Irgendwie mag ich den Plesiot nicht. Er kann Laserstrahlen verschießen. Was macht ihn eigentlich sympathisch? Total. Ah, nee, bin ich scheiße. Eher auf dem halt, ne? Ja, bis vor der Sekunde fand ich es auch witzig. Aber so viel anders als der Lagiacrus ist er jetzt eigentlich auch nicht, oder? Ja, er versteckt sich anscheinend gern in Felsen, aber... Von der Tatsache mal abgesehen, dass er ein bisschen flinker scheinbar ist und ein kleineres Ziel abgibt. Faszinierend. Unglaublich super, ne? Unglaublich. Und ich finde, er sieht ein bisschen leblos aus. Als mit einem komischen Gesichtsaustuch. Ui! Ist generell ein bisschen langweilig, die Sein, finde ich. Also, im Gegensatz zu anderen Viechern. Ist jetzt nicht der Spannendste. Ich habe ihn vergisst, oder? Er sieht ja fischmäßig aus mit zwei Flügeln. Schlaue Kombo. Total. Ein fliegender Fisch. Da haben sich die Entwickler von Capcom gedacht, Junge, das fehlt noch. Und dann haben sie es circa zwei Stunden überlegt und dann war das Ding hier fertig. Deswegen sieht das so aus, wie es aussieht. Richtig. Er hat sich geschlagen. Dann freu dich. Warum sollte ich mich da freuen? Weiß ich nicht. Komische Mitspieler. Geht er auch an Land? Ich glaube. Au. Der hüpft ja nicht mal auf eine Stelle wie der Hobo. Eigentlich müsste er an Land gehen können. Jetzt lass mich hier raus. Oh, Jäger. Ja, genau. Genau. Warum muss der jetzt schon? Ich meine, Jäger ist hier kurz die Fröhliche über der Welt. Aber er lebt noch. Ja, er lebt noch. Oh, Irmann ist es kaputt gegangen. Irmann ist es in seine Birne. Na toll. Da kann ja nicht viel gewesen sein. Mach ich doch so schnell, wie das ging. Oh, ist ein Land. Warum bist du? Da bist du bei. Ach, du Leserstrahlbach. Oh, toll. Hier, meine Axt. Wie sieht er? Er sieht ja schon leicht dämlich aus. Aber nur leicht. Au. Okay, er ist eine Mischung aus Fisch und Hühnchen. Ja. Stimmt, er hat ein bisschen was vom Kuro-Kuro-Packen. Was macht er denn? Ein Fischhühnchen. Interessant. Ein Hisch oder ein Fühnchen. Irgendwas in der Art, ja. Man kann seine Fühne nicht verletzen. Oder was war man das da? Steht der bei euch einfach auch gerade mit? Der überlegt sich gerade, was er machen will. Und der hat sich gedacht, er rammt uns einfach mal. Vor allen Dingen sabbert der schon. Der hält ja gar nichts aus. Ist das wirklich schon gesabbert? Also, er sabbert aus dem Mund. Ich denke doch einfach nur nach. Das ist ja bei meinen Türen nicht so. Das ist wie ein Huhn kurz vor der Schlachtbank. Läuft er noch weiter, wenn sein Kopf ab ist? Vielleicht kann man seinen Kopf wirklich abschlagen. Wundern will es mich nicht. Bei einem Fühnchen ist alles möglich. Ganz schön, dass er unter Wasser nicht wegschluckt. Irgendwie ist das putzig. Ich habe Epilepsie. Aber irgendwie ist er schon ganz witzig. Doch. Ja. Vor zwei Sekunden war er noch witzig. Jetzt finde ich ihn einfach nur scheiße. Diese Slap-Tick-Kumor, den haben auch nur wieder drauf. Da-Ut ist niedrig. Da-Ut. Da-Ut. Das ist irgendwie Timing, weißt du? Das muss man lernen. Man hat es nach einer gewissen Weile irgendwie raus. Ab wann man einen dummen Spruch bringen muss. Damit er im nächsten Moment die volle Wirkung entfalten kann. Ja, ja. Das ist nämlich alles einstudiert. Verrat das doch. Mein Gott. So. Dann komme ich mal wieder zu euch, ne? Du dat. Hörst du mit mir? Ich glitzer. Ich bin einfach Pia. Nee, ihr weg von mir. Ja, ich will ja auch. Ich will auch. Warum habt ihr ihn wieder ins Wasser hüpfen lassen? Ähm, Schnubbi hat geklitzert. Hat mich abgelenkt. Siehste? Schnubbi hat geklitzert, ja. Jetzt aber mal ernsthaft. Warum habe ich hier geklitzert? Was war denn das? Ich weiß nicht. Warum hast du nicht geklitzert? So ganz kurz habe ich Sternchen um mich herum gehabt. Also keine Benommenheit-Sternchen, sondern so weiße Glitzer-Blitzer. Vielleicht bist du jetzt ein Super Saiyajin. Ohohoho. Da freue ich mich aber. Ich schwimme. Ich schwimme. Oh, la 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 la. Erster. Blub. 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 Ich bin ein Fisch. Zweiter. Blub. Blub. Oh, wie cool du die Dinger synchronisieren kannst. Ja, ist der Wahnsinn, ne? Ja, ne, ich darf nicht. Oh, Vorsicht, der ist ja schon da. Und deswegen sind wir hergekommen. Achso. Also mich hat sein Laserb ist ja noch nicht getroffen. Nicht unten. Nö. Das ist ja auch eigentlich ganz lustig, der Kerl. Du weißt nicht, wann du so einen Spruch bringen musst. Das ist einfach, du musst noch viel lernen. Ja, das tanken war jetzt nicht so. Er ist aber auch so nett zu mir. Er rollt sich da und um mich und trifft mich dabei nicht. Nein, mein He war von Stärke. Es ist okay. Darf ich das gut tun? Was wollen die Haifische eigentlich um uns herum? Haiser. Frühstück? Pft. Haidewitzgar gewissermaßen. Wie? Kann sein Schweif... Schwanzflosse? Das heißt ja Schwanzflosse, ne? So darf ich sagen. Schweifflosse. Seine Fischflosse. Fünnchen. Hilfe. Hilfe, Hilfe. Heri. Heri. Ja, hast du eigentlich Rüstung an? Ja. Ich habe sogar eine Rüstung, die gut ist gegen Wasser. Wasser-Attacken. Tauchen. Angeblich. Ich fühle mich wie ein Fisch auf dem Trocknen. Irgendwas ist gerade wieder bei ihm kaputt gegangen. Ich glaube, der Flügel... Also seine... Schwanz... Ich glitzere schon wieder! Oh Mann. Warum glitzerst du immer, wenn die Kamera nicht mehr auf dich gerichtet ist? Er kestert ja eigentlich nicht, nur bei sich. Ja, das ist, wenn er einen haut. Vielleicht ist das Glitzerhaue. Glitzerhaue. Hast du irgendein Elementar... Waffending? Hm. Ne, das ist, wenn der mich mit der Schwanzlosse... Äh, mit der Schweif... Ach, wenn er dich... ...Fünnchen... Hm. Ja. Die Hühnerkeule. Genau. In welchem Gebiet ruht er sich denn eigentlich immer aus? Ich habe keine Ahnung. Spontan, würde ich sagen, in zwölf, so wie jedes andere Viech... ...das hier mit Wasser zu tun hat. Wäre doch logisch, oder? Ja. Hast du eine Falle gelegt? Ja, er hat... Er hat's. Weil? Ja. War er fangbar? Ja. Muss er jetzt nur noch verstehen. Hallo! Jawohl, jawohl! Halt! Äh, wie kann er mich da noch rammen? Oh, jetzt steh auf! Also roll dich hoch. So! Yay! Hab ich's wieder. Juhu, ich war noch dabei! Yeah! Das ist cool, dass man einen halben Kampf aus meiner Perspektive gesehen hat, wie ich immer noch... ...erst mal wieder herrennen musste. Wie könnte denn es dir eigentlich übernommen? Ach, Mann! Ja, äh... Ja... Irgendwie fühle ich mich jetzt schlecht. Jetzt bin ich beleidigt. Dankeschön. Ich schwimme jetzt hier in der Gegend herum und träume mich. So. Hallo, hi! Duptidupp. Hi freut sich, mich zu sehen. Ich mich auch nicht zu sehen halten. Ich bin voll scheiße. Ich würde jetzt irgendwas anderes sagen, aber... Ihr seid doof. Du gibst dein Bestes. Er hat sich Mühe gegeben, ja. Ich find's toll, dass ich versuche, mich aus der Diskussion rauszuhalten, aber immer wieder mit reingezogen werde. Ich sag doch gar nichts. Wir sind doch dein Team. Aber ich krieg trotzdem eine Belohnung. Haha, so. So, äh... Pläsiot-Schuppe plus Pläsiot-Rissin-Zinn. Rissi-Zinn. 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 Ach, Rissi-Zinn. Ah, okay. Ja. Äh... Diverse Flosse. Oh, ich krieg seinen Kopf. Cool. Ich glaub, ich hab auch einen Kopf bekommen. Rissi-Zinn. Ich hab den durchgekriegt. Das hat das gleiche Symbol gehabt wie das Ding neben dran. Da dachte ich, das wäre das gleiche. Rissi-Zinn. Noch ein Kopf wäre aber rein anatomisch nicht möglich. Rissi-Zinn. War man halt geklont oder so? Oder in seinem Kopf war noch ein Kopf? Mhm. Ein mutiertes Hühnchen. Mhm. Wie heißen die? Matroschka? Oder so. Hühnchen? Ja. Genau. Die berühnen Matroschka-Hühnchen. Mhm. Aus Russland. Wer kennt sie nicht? Ja, ja. Berühmt, berüchtigt und beliebt die Matroschka-Hühnchen. So. Ich hab das Gefühl, man nimmt mich nicht ernst. Ach, das ist das Böse. Das war... Oh, oh, oh. Der komische Typ hier in der Mitte will irgendwas von mir. Er will mir bestimmt was schenken. Der Gehenmeister. Ich hab von deinen Errungenschaften gehört. Sie sind die perfekte Beilage zu Cola. Was? Hahaha. Apropos. Gerade in seinen drängenden Quest fertig reingekommen. Dieses Mal wirst du einen Brachidius jagen. Oh, cool. Yay. Großes Rätsel. Auch für uns. Aber eines wissen wir. Es ist klug. Deo... Ach, ne. Es ist klug, Deodorant mit auf die Jagd zu nehmen. Das ist klug. Deo mitzunehmen. Scheiße. Oh, Gott. Das heißt... Das war irgendwie Deo.